Das ist das freueste Video, das ich mit dir immer gehört habe. Jedenfalls, moin Leute, der war X hier und willkommen zu Miss Created. Jetzt darf ich wieder schneiden. Miss Created.X ist Release. Also quasi Daisy Standalone. Wurde mir übrigens vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Essen. So, ich würde sagen, so kann man spielen. Also wie es aussieht, ich bin hier kein Professor, aber ich glaube wir haben Nacht. Das sieht so aus, ja das sieht so aus, ob wir Nacht hätten. Und am Arsch der Weltzins. Yay. Ach genau, das Ganze ist ein CryEngine-Spiel, also es sieht von einem gut aus. Das sieht man besonders, wenn es da tagsüber... Aber das Wasser, oh mein Gott, das Wasser. Also, das Wasser ist schon ziemlich awesome, ja? Hey, wir treiben mit. Oder? Wir treiben mit. Klasse. So kommen wir von Punkt A nach Punkt B, äh, was? So kommen wir von Punkt A zu Punkt B. Pi mal Daumen. In vielleicht 400 Tagen. Also, ich bin mir sicher, äh, es ist wie in Italien, alle Wege führen nach Rom, und hier führen halt alle Wege zum Ziel. Also, kann ich gar nicht falsch laufen. Naja, falls die sich fragen, was die für eine Pizza ist, äh, Pizza mit türkischer Salami. Denn türkische Salami ist die beste Salami. Ich bin mir sicher, so eine Pizza würde in meinem Charakter jetzt auch gefallen. Aber... Da könntest du... Da könntest du Komplikationen führen. Kommen. Führen. Es ist das Gleiche. So, wir haben hier eine Tankstelle. Eventuell ist da ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Sitziges. Tankstelle haben ja immer was Sitziges in Survival Games, also... Warum nicht auch diese? Aha, weil diese scheiß Tankstelle individuell sein will, oder was? Es gibt keine individuellen Tankstellen. Hm. Hm. Hm-hm. Hm-hm-hm. Hm. Oh, das sieht traurig aus. Ich glaube, das ist einfach keine Pizza. Oh, ein Hammer. Cool. Das sagt mir einfach gleich. Ich denke, ich glaube, dass hier niemand ist. Verdammte Scheiße. Spielst du den? Er war 20 Leute auf dem Server. Ja, als ich da aufgejolt bin. 20 Leute waren da drauf. Das hat... Das spielt doch ein Hauptmenü, oder? Ey, das spielt keine Haupt... What the f... Ich hab nur auf Escape gedrückt. Okay. Okay. Scheinbar so Escape-Range-Bit. Oh. Ha. Ha. Ich mach den falschen Server, okay. Aber wo sind alle? Oh! Ich dachte gerade, wer zu hell ist das? Das ist, äh, die Art von Gegner, die es in dem Spiel gibt. Ihr seht ziemlich nett aus. Und ich schicht... Fuck! Hallo, wir werden... War ich doch zurück, Mann! Ey, komm. War ich zurück. War ich zurück. Wir haben immer so ein bisschen Blick drauf, ey. Bin ich schlecht. Hallo. Ich kann die... Auf jeden Fall extrem ernst... Ja, das ist die Art von Gegner, ja. Es sind keine Zombies, das sind... Ja. Lebende Zahnarztbohrer. Ja, ha, ha, ha. Ah! Was war... Was geht bei dem ab? Ey, ey, wow. Oh! Da kommt! Da kommt! Ah! Genau, da haben wir die komplett andere Welt, ja. Der brennt ein Feuer. Aber ich glaube, das brennt immer. Oh, Mann. Das ist gerade wieder im Horrorfilm. Ich meine, ich muss jetzt in der Reaction passieren, ansonsten will das keiner mehr sehen, ja. Oh, 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 oh. Alter, ich dachte gerade, wer ist tot. Alter. Alter. Ich... Ich dachte gerade zuerst, das wäre ein Bug. Oh, blöp, 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 blöp. Komm nie wieder zurück. Ne, Mann, du hast mehr Hits bekommen. Du hast mehr Hits bekommen. Das wäre unfair, wenn ich jetzt sterben würde. Oh, 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 oh. Du hältst mich mit deiner... Was ist das denn? Oh, okay. Ich brauche auch Motorrad, wenn man eine Brille haben kann. So, oh, yeah, sehr schön. Oh, der Hammer. Nein, der Hammer. Nein, 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 nein. Kann man irgendwie reden? Hey, we can talk about that. Ey, ernsthaft. Der Typ lässt dich nicht mehr, oder? Oh, jawohl. Jetzt gibt es eine feine Parcours-Action hier. So. Sweet. Ist das gerade dumm? Du hast ja schon eine ziemlich krasse Ausdauer. Ich meine, du rennst mir jetzt schon seit wie lange der? Ich weiß gar nicht. Oh, das ist doch... Oh, cool. So ein bisschen Kultur, ja. So ein bisschen, äh... Das ist doch ein ziemlich krasses Monument. Also, ich muss schon sagen, das soll wahrscheinlich die, äh, die Balance zwischen Mensch und Unwesen beschreiben, ja? Das Miteinanderleben, ja? Das Miteinander rauskommen. Ähm. He. Ja. Und der Typ da hinter mir. Der mir keine Zeit gelassen hat, mich da mehr rein zu versetzen, ja, mehr da rein zu interpretieren, ja? Ich interpretiere ja gerne in Diggereien. So nah an mir, aber er kann mich nicht schlagen. Oh, mein Gott, wenn der jetzt, wenn der jetzt schlägt, dann weiß er ganz krass, wer da hinten liegt. And to a log, fuck god. Oh, das ist Mapende. Sterbe ich, wenn ich da entgegenlaufe oder sowas? Guck, irgendwas cooles muss passieren, ja. Und? 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 Ist das so? Das muss wahre Leben sein, wenn die Person hier mit mir bis zum Mapende rennt, ja? Das ist quasi wie eine Reise um die Welt. Nur halt hier eine Reise bis zum Ende der Map. Es gibt ja kein Ende der Welt. Was soll denn das Ende der Welt sein? Dieb. Dieb! Guck mal, wir besuchen unseren ersten Wasserturm an. Da kann er... Oh! Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte, als ob er die Verfolgung aufgegeben hätte, aber nein! Er lässt mich nicht im Stich, er verfolgt mich immer weiter und weiter. Ich würde sagen, ich lief von mir jetzt noch ein Fight till Death. Bitch! Ja, komm! Jawoll! Na komm, du verlierst du mal, du verlierst du, ey! Ja, komm! Äh, der Darkst? Das ist gar keine Ahnung, aber das ist eine Angst! Ja, das ist unfair, man. Das ist unfair. Wenn ich gegen dich gewinne, bist du ziemlich schlecht, weißt du was? Das ist Tomahawk. Okay, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Haha! Äh, ist er rausgetappt oder was? Aaaaaaah! Oh, das Spiel ist... Goddammit! Okay. Äh, ich glaub, das ist ein Zeichen, äh, de Illuminati. Irgendwann, wahrscheinlich wurde ich selber gerade nicht gedidost. Ähm, ich würde sagen, das war der erste Einblick in Misscreated. Ihr habt sehr viel gesehen, ich weiß. Wenn das Spiel weiter, äh, fortgeschritten ist, dann werde ich hier mal, äh, nochmal ein Video zumaltern. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal! Tschüss!